Hallo und herzlich willkommen zur vielleicht finalen Folge von GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Wir haben im letzten Teil endlich die Mission Nummer 3 geschafft. Bulgarin, was will er denn schon wieder? Du bist in deinem Schiff, Boss. Ich werde das alles tun. Ich werde alles tun. Ich glaube, das Schiff war mir geschlagen. Bis später. Uiuiuiuiui. Das war cool gemacht. Oh, war klar. Schöne Wagen. Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass das jetzt hier die finale Mission ist. Ich glaube, das ist bei uns zu Hause. Kann das sein? Ja, wir haben noch den Mann, wir haben noch die Frau. Ja, es ist wieder am Club hier. Ladies Half Price. Halber Preis für den. Oh, guck. Hey, du an der Liste? Ja. 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 Dann, du kommst nicht in. Oh, warte mal, Mann. Wir sind relativamente wichtig. Wir gehen in, Bro. Ich weiß nicht, wer du bist. Du kommst nicht in. Kommt, Mann. Ich bin ein VIP. Wir kommen hier alle Zeit. Hey, Des. Hey, Mann. Tony in? Hey, Mann. Luis. Bro, kann du uns in? Hey, Brucie. Ja, sicher. Tessie, take care of them. Hey, Mann. Thanks, Mann. Okay, keep it cool. Keep it cool. Man, I'm going to see some vagina tonight. You walked in with one, Bro. What? Never mind, Mann. Come on, he's ready. So I'm going to go get the drinks. Okay. Good seeing you guys, Mann. I gotta take care of something. Hey, wait, listen. Can I just say something, Mann? Listen, can I just say, the way you dealt with Bori, Mann, that was really great. Thank you. Hey, Dub. Don't mention it, Mann. Unless you want me to kill him. Maybe. Hey, listen. You know, you're not something like me. That's right. You're like a lone wolf. An adventure. Tough butt. With a census? Not really, Bro. I like killing for money. Yes, yes, I know. But that's just your thing. What's your problem, Mann? What? Nothing. I didn't mean nothing by it. I'm not gay. It's cool, man. Just don't do it again, Mann. Hey, look. I fucked three girls last night, Mann. One of them can't even walk. I mean, now. Did she walk before? She didn't need a wheelchair or anything? Look, I was just checking to make sure you weren't gay, Bro. Yo, not a problem, man. I gotta go. Hey, listen. Hey, Luis. Come on, Mann. We gotta go. Let's go. Hey, Mann. Peace out, Bro. Thank God, you shut up, Bro. What? I never thought you would make this feel more heterosexual. I'm gonna pretend I didn't hear that, Sweetheart. Yeah, it's probably best. Hm. Wie ist das schön, wenn's läuft? Take us over to the fish market. Okay, was hast du denn vor? Ja, Luis, rumlaufen, am Fahrerseite einsteigen wär sinnvoll. Begib dich zum Pier 45. Na dann. Hm. Oh, great. Angry monsters. Kidnappers. Maniacs. Sounds like another fun day. Okay, ich hab das jetzt versucht, so ein bisschen mitzulesen. Ich vermute mal, wir treffen jetzt auf Mr. Bulgarin und, äh, seine Diamanten und Gracie wurde wahrscheinlich von ihm entführt. Wäre cool, wenn ich jetzt hier noch irgendwo einen Futterstand finde. Na toll, ihr seid ja echt der Held hier. Wie soll ich denn jetzt hier vorbeikommen? Komm, jetzt fahr! Ja, warum nicht? Kein Futterstand, so ein Mist. Muss doch irgendwo einer sein, man. Ja, wir sind doch jetzt gleich da. Ja, ja. Ich, da will ich noch nicht hin. Ich brauch Happy Happy. Hoppla. Hoppla. Hier vielleicht irgendwo. Wir fahren doch jetzt wieder in die Innenstadt. Oh, immer wenn man einen braucht. Dann ist keiner da, dann ist keiner da. Herrgott. Das war knapp. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Da ist ein... Ah, endlich. Der ist aber nicht besetzt. Auch das kann doch nicht sein. Ach doch, Gott sei Dank. Toni, willst du auch einen? Hä? Was ist denn jetzt mit der Kamera los? Moment, jetzt bin ich dran. Toni, geh mir doch mal aus dem Weg. Weg hier. Oh, unsere goldene Wumme. Schick sieht sie aus. So, weiter geht's. Jetzt können wir die Mission starten. Ich pass die ganze Zeit auf. Und du Idiot. Hast noch nicht mal geblinkt. Ach. So, ich hoffe mal aber jetzt viel, dass hier nicht mehr kommt. Weil ich muss dringend noch in die Unterlagen gucken. Ich hab morgen Prüfung und ähm... Da muss ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen was angucken. Aber ich will das jetzt hier auch zu Ende bringen. Verdammt nochmal. Meine Güte, wo lang denn hier sind wir wieder hier? Hier. Son of a bitch. Weiß nicht, pack mir jetzt wieder schön mein Auto da. Und nachher, wenn ich sie brauche, ist es wieder nicht da. Ja. Ist klar. Oh, jetzt mit dem Boot fahren. Ach du liebe Zeit. Wir müssen über die Charge Island gehen, Luis. Sie erwarten uns dort zu fahren. Fahr zur Charge Island. Kleeranlage. Mhhh, lecker. Halt, Boot von rechts. Was? Tony, Mann. Das sind diemäns. Was denn? Was? Yo, Mann. Mabel hat seine Flaming-Anschaft. Er hat einige schwierige Ressourcen. Vielleicht sollten wir ihn überlegen, zu ihm. Wir haben zwei Optionen, Lou. Wir geben sie sie an den Russen. Dann haben wir ihn an den Ancelotti gebt. Dann geben sie sie an den kidnappers. Dann geben sie sie an den Russen. Dann sind wir uns mit den Russen. Okay, Mann. Sieht, wie Sie haben alles gemacht. Ich habe nichts gemacht. Half der Stadt will mich, aber sie werden sich glücklich, wenn sie eine Chance bekommen, bevor ich die Gebern haben. Ja, ich bin ein Herz. Ich hoffe, ich muss jetzt gleich nicht die Entscheidung treffen. Bin mal gespannt. Ist die noch weit weg? Oh, nee. Da vorne sehen wir schon den Claire-Bottich. Wo muss ich da anlegen? Da hinten. Wieso habe ich das Gefühl, dass Tony jetzt gleich erschossen wird? Nico! Hallo, Nico! Wie geil. All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle, we walk back. Then, you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Jetzt kommt ne Möwe. Come back to me, honey. Let her go. You all right? Fuck, shit. Fuck, fuck, fuck. Hey, are you okay? Where did you fucking kill them, you fucking nothing? Huh? You! Fuck! Huh? Go, go! Fuck! Bye, Hensei! Wieso schießen die denn jetzt auf einmal auf uns? Was soll denn dat? Okay. Komm, spiel jetzt nicht wieder mit mir, bitte. Hahaha. Komm, bitte mach das nicht. Okay. Selber Trick. Wieder probieren. Ja. Komm, bitte mach das. Komm, bitte mach das für mich. Gib mir eine fucking gun. Gib mir eine motherfucking iron. Warum gehen wir nach den Carraway? Es ist fabulös, diese Zeit der Jahr. Die motherfuckers sind auf uns. Fuckin' fass ihn. No, er ist dröhnend. Calm down. Nein. Kehre, was? Ja, achso. Oh, schade. Das alles? Oh, krass. Fünf Prozent, na super. Abschüttelzeit. Ha, sieben Sekunden, wie hätte ich das denn machen sollen? Ja, Freunde. Wow, wow. Okay. Ich hätte gedacht, hier kommt mehr. Aber nun gut, bis zum nächsten Mal. NRW über 18. Adieu.